okay jetzt waren wir alleine dahin, aber wenigstens ist es nicht dunkel und ich glaube die Pistole kommt noch gleich zum Einsatz ich bin mal gespannt ist Rachel Amber vielleicht tot? irgendwie drüber oder sowas? Watson we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect Warren okay die Party auch noch sehr wichtig guck mal hier können wir das gleich weg bewegen und so kommen wir auch rein ich hoffe wir finden sie da sind Bilder an der Wand hey check out this old chest schon wieder Detektiv Max der Traktor so gucken wir mal finden wir hier was das geht ja nicht ich meine man muss seine Schulden bezahlen aber so doch nicht ein Foto was ist das für ein Foto hm was ist hier mit da oben ist eine Kiste ah wo ist ganz wenig gekostet doch alles heuhauchen hey ich kann achso was ist denn mit der Bilderwand hier 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 ich guck mal vielleicht finden wir noch draußen was da unten ist da unten ist ein ungebautes Haus oder noch nicht fertig gebautes Haus was steht da drauf da kommt also der Strom rein wo wird der benutzt was finden wir doch jetzt mal raus da ist er ja kann man irgendwie da hoch der Boden was ist denn da jetzt mit ne Falltür klingt nach einer Falltür wahrscheinlich wow was ist das es ist völlig neu warum können wir das wirklich öffnen nein Supermax du kannst es nicht mit deinen Haken öffnen hm vielleicht können wir den Haken nehmen anhängen war ja klar Plattform da haben wir noch was mit Klettern das hier keine Leiter ist wundert mich da ist ein alter Motor so nutzen wir ihn nochmal machen wir richtig krawall hoops ach noch höher können wir ach du Kacke jetzt sind wir ganz oben wir können hier da können wir doch unser Foto machen ich wusste doch dass es hier bestimmt eins geben schlaf ruhig weiter so da können wir nicht her so das heißt das Seil ziehen wir jetzt bestimmt zu Chloe runterschmeißen ja wo soll ich das schwere holen ja wo soll ich das schwere holen ah ich kann den Motor hochholen an den hängen an den alten Motor und dann machen wir jetzt ein bisschen Klärm und Karbon und dann ist das schon hinter uns ach in die Richtung ok ich wollte grad sagen nicht dass wir jetzt da runterfallen und tschüss willkommen Chloe fang uns auf jetzt ist es bestimmt glaube ich schon am Tor ne öffnen wir es jetzt und gucken was wir da drunter haben oi ok dieser Darkroom jetzt wissen wir warum die Episode 4 Darkroom heißt und es geht runter und es geht runter und es geht runter ach toll wissen wir noch den Code ich glaube das war ich glaube das war diese 0 5 8 wir können doch bestimmt nochmal die Notizen durchgehen oder so so viele Bilder auch verpasst hm ok das war jetzt nicht mein Sinn ah jeder Tag ist eine Episode ich gehe extra auf Donnerstag ja ja wenn mir das hier gesagt wird wo ist dann jeder wird das haben wir noch mal 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 Und jetzt? Können wir mit Chloe sprechen? Ja, aber woher soll ich den nehmen? Hier oben vielleicht? Da schonmal nicht. Was haben wir hier? Da steht auch kein Code. Dieser Traktor hat seinen Geld bezahlt. Wow, Herr. Habt ihr über das Haus auf der Range? Ich wünsche Warren hätte diesen Physikstrick gesehen. Das ist doch jetzt Mist. Ich habe keine Ahnung welchen Code wir nehmen sollen. Hier sind also die Tasten am meisten benutzt worden. Ah, sprung mir mal die Zeit wieder zurück. Fünf, zwei, vier. Ja. Aha, fünf, vier, zwei. Ich dachte man findet irgendwo die nach. Nö. Manchmal ist es doch einfach so einfach. Was ist das? Eine Küche? Was ist das? Wissen Sie von dem Tornado? Essen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Prescott sowas. Angestellt. Äh, sowas. Alles ist schrecklich. Oh, das ist ein Scheiße. Oh, das ist ein Scheiße. Und das ist ein Scheiße. Achten. 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 Achten, achten, achten wir noch nicht. Achten. Achten, achten wir noch nicht. Achten, achten wir noch mal, was das ganze herbeizute ist. Wir sind dann. Okay. Ein schlappchen hat die Victoria aufgrund kommt, aber es ist in der Lasse. Achten, die nächste steht Kate. Oh, nein Kate. Nein, ich hätte diesen Zeichens wieder zurückgeholt. Was zum Tör? Okay und da Rachel. Was? Wir müssen die Ordner mitnehmen. Hoffentlich nehmen wir die als Beweis mit. Wahnsinn. Oh mein Gott. Oh ja. Das sehen wir hier doch vielleicht. Und was ist das mit Kate? Ah guck mal. Hier haben wir eine Noti... Ey. Die Notiz anlesen. Wow. Was ist passiert zwischen Nathan und seinem Vater? So. Gucken wir was dieser Computer noch kann. Wir sehen was hier drin ist. Oh mein Gott. Nein. Der ist der Schweinehund. Er wird dafür leiden müssen. Was haben wir hier noch drin? Ah, das Apocalypse Entertainment System. Alkohol, was zu lesen, Nadeln und Drogen. Gut, wir haben alles gesehen was wir hier sehen wollten. Ja, gut. Ab. Zurück. Und hoffentlich ist jetzt keiner da. Direkt zum Schrollplatz. Aber weiß ich nicht wo wir nach Anhaltspunkten sehen sollen. Aber okay. Ich hoffe wir finden keine tote Rachel Amber. Wow. So. Wieso? Woher weiß sie das? Ach wegen dem Foto wo sie zusammen lagen. Schau. Das ist es. Das ist es. Ja. Ja. Oh nein. Was ist das? Er hat Rachel getötet. Nein. 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 Bitte nicht ihr. Dieser. Schweinehund. War es sein Vater oder er? Ich bin sorry Chloe. Ich bin sehr sorry. Ich habe sie sehr lieb. Wie kann sie tot sein sein? Welche Welt macht das? Wer macht das? Vielleicht Frank? Frank wird sich den schnappen. Da ist dieses Pferd.